Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ich bin der Blauesgeil von T-Skinlosen und heute spiele ich Team Fortress 2, wie man schön sehen kann. Und ich hatte gerade eben eine schöne Runde, wo letztendlich das ganze Team AFK war. Also wirklich das ganze Team und verdammt, glaub ich bin tot, außer ich bekomme noch schnell genug die Heilung. Ja, haben wir gerade noch bekommen. Ich hoffe mal, diesmal ist nicht wieder das gesamte Team inaktiv. Ich hoffe mal. Und der hat uns einfach direkt weggehauen. Und ich muss einen großen Dank an Luxplayz aussprechen und an euch. Also zum einen Luxplayz, weil er das letzte Video von mir reuploadet hat. Und zum anderen dafür, dass ihr das Video euch dann, das letzte Video von uns so oft, also das wurde so oft angeguckt. Also es hat 18 Likes und ungefähr 150 Aufrufe. Und dabei haben wir noch nichtmals die 100 Abonnenten, wo wir übrigens jetzt bald das Abo-Special machen müssen. Und da ist er weg. Na, was hat das Ding für eine Range? Ich muss mich jetzt wirklich beeilen, um die Heilung zurückzunehmen. Oh, meine Güte, das war ja schon wieder mal richtig knapp. Auf jeden Fall gerade eben in der Runde jeder AFK. Ich habe zwar richtig rasiert, also irgendwie eine KD von irgendwie 6 oder 7 gehabt. Aber das bringt einem, was war das? Das bringt einem einfach nichts, wenn einfach kein anderer da ist. Und da ist der auch noch weg. Und ich überlege auch, das Ganze hier mal mit dem grünen SGL aufzunehmen und dem schwarzen. Und warum habe ich den nicht getroffen? Warum habe ich den immer noch nicht getroffen? Geht doch. Aber ich dachte gerade, okay. Wenn die brennen, dann kann man sich nicht wirklich sicher sein, ob die jetzt in deinem Team sind oder aus dem gegnerischen Team. Aber gerade läuft es ziemlich gut. Okay. Will, der hat aber ganz schön was krass gesagt. Okay, gut. Das war es dann wohl mit dieser Runde. Tschüss. Und ist hier noch einer irgendwo drin? Nö. Niemand ist mehr hier drin. Dann würde ich noch eine Runde spielen. Und das wäre es dann wahrscheinlich auch schon. Und der Folge nach dieser Runde natürlich. Und da sind wir schon gleich hier vorne und nehmen den Punkt ein. Und da ist gleich ein 2 unterwegs und weg ist er. Und wir sollten uns wieder Heilung holen. Es ist wieder das gleiche. Der Pyro brennt uns an. Wir rennen hier hinten und rund um uns Heilung. Immer das gleiche. Und schön den Doppeljump machen, damit man da kein, okay, ich gehe mal, damit man keinen Fallschaden bekommt. Ui, der ist aber ganz schön rasiert worden. Läuft wieder ganz schön schnell. Obwohl, ich dachte gerade, das wäre ein anderer. Und auch das, was ich da mit Luke's Place jetzt gemacht habe, die ApoRed Vollverarschung, würde ich jetzt sagen. Ist auch schön, wie gut die angekommen ist. Das, also, also die von Luke's, die, seiner Meinung nach, soll die extrem schnell, extrem gut angekommen sein. Ich war da ja der Schauspieler. Okay, der hat sich, achso, ne, doch nicht, okay. Also, das soll extrem gut angekommen sein. Wahrscheinlich nur, weil ich der Schauspieler war. Und ich würde sagen, das wär's mit dieser Folge. Wahrscheinlich der allerersten, aber nicht der letzten. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich bei Overwatch oder dem Abo-Special. Bis dahin, wir sehen uns. Und liked das Video natürlich auch, wenn ihr es nicht gut findet. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.